Raoul Pell hatte vor kurzem in einem Interview ein paar sehr interessante Aussagen getroffen, die jeder kennen sollte, der in Kryptowährungen investiert oder investieren will. Und das ist auch für diejenigen interessant, die in Aktien investieren und erkennen, dass wir gerade eine massive Geldentwertung erleben. Und bevor wir starten, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier geht es um Wirtschaft, Finanzen und Krypto und wie du mit Kryptowährungen reich werden und Geld verdienen kannst. Ich freue mich, wenn du um den Kanal zu unterstützen dem Video einen Daumen hoch gibst. Den Kanal abonnierst und auf die Glocke klickst, sodass du sofort informiert wirst, wenn ein neues Video erscheint. Das Video stellt keine Finanzberatung dar und dient der Unterhaltung. Folge mir auch auf Telegram, den Link dazu findest du in der Beschreibung unterhalb des Videos. Das Internet von 1990 bis 2000 ist um 63% pro Jahr gewachsen. Das war die schnellste Adoption einer Technologie in der Geschichte. Und wenn wir die Nutzer von Krypto mit dem Anstieg der Internetnutzer vergleichen, dann können wir erkennen, dass Krypto seit 2013 um 113% pro Jahr gestiegen ist. Die Kryptoadoption ist, wie Raoul Pell darstellt, die schnellste Adoption einer Technologie in der Geschichte, die wir je gesehen haben. Und diese Entwicklung geschieht so schnell, dass die Menschen die Geschwindigkeit, mit der die Adoption stattfindet, nicht wirklich verstehen und auch nicht das Ausmaß dessen, das dadurch auf uns zukommt. Wie das unser Leben verändern wird. Die meisten schauen sich die vergangene Entwicklung von Bitcoin an, sie schauen sich die Entwicklung der Mobiltelefone und des Internets an und versuchen das auf die zukünftige Entwicklung von Bitcoin und Krypto zu projizieren. Das Problem ist, sie verstehen nicht, was auf uns zukommt. Das ist genauso wie die Geschichte mit dem Schachbrett und den Reiskörnern. Vor langer Zeit wurde in Indien das Spiel Schach, das Spiel auf einem Brett mit 64 Feldern erfunden. Der indische Kaiser Sheram wollte den Erfinder dieses Spiels, Ceta, unbedingt belohnen, da er großen Gefallen an diesem Spiel gefunden hatte. Ceta sollte als Belohnung einen Wunsch äußern und dabei nicht zu bescheiden sein. Dieser sagte darauf, Gebieter befiel mir für das erste Feld des Schachbrettes einen Reiskorn auszuhändigen, zwei Körner für das zweite Feld, vier Körner für das dritte und für jedes weitere Feld doppelt so viele Körner wie das vorhergehende. Der Kaiser fühlte sich gekränkt, da ihm das Ausmaß des Wunsches noch nicht bewusst war. Genau das passiert gerade mit Bitcoin und Krypto und dem Metcalfischen Gesetz. Das besagt, dass der Nutzen eines Kommunikationssystems im Quadrat der Anzahl seiner Teilnehmer steht. Und beim Metcalfischen Gesetz in Bezug zu Bitcoin und Krypto sind sich die Wissenschaftler nicht einmal sicher, welche Auswirkungen das Metcalfische Gesetz auf Bitcoin haben wird und können die Entwicklung nicht abschätzen. Sie schreiben selbst, dass sie jetzt immer mehr und mehr das Wachstum des Netzwerkes verstehen können und das kannst du auch seit der 69 der Analyse nachlesen. In einer anderen Studie wurde festgestellt, dass das Metcalfische Gesetz in Bezug auf Kryptowährungen und deren langfristige Entwicklung zutrifft, kurzfristig aber eher nicht. Sie stellten auch fest, dass es eine sehr starke Korrelation zwischen der Größe des Netzwerkes und dem Marktpreis der Kryptowährungen gibt. Laut der Studie führt das dazu, dass dadurch mehr und mehr Menschen in den Markt aufgrund der hohen Preiserwartungen kommen, was sich letztlich positiv auf den Bitcoinpreis und den Preis der anderen Kryptowährungen auswirken wird. Zusätzlich warnen sie aber auch aufgrund des vermutlichen Massenansturms auf Kryptowährungen und Bitcoin vor einer Blasenbildung und einem möglichen Crash, der dadurch entstehen könnte. Und laut Royal Pell können viele diese Entwicklung nicht verstehen, da alles viel zu schnell geschieht. Doch im Grunde genommen basiert alles, was wir gerade sehen, auf dem Netzwerkeffekt. Und Bitcoin hat dieses Element und diese Entwicklung sehen wir gerade. Die Menschen haben einen hohen Anreiz, neue Leute ins Netzwerk zu bringen. Und trotzdem gibt Royal Pell an, dass die Anzahl der Verbindungen innerhalb des Netzwerkes noch relativ limitiert sind und die Adoption bei Ethereum im Gegensatz zu Bitcoin seiner Meinung nach viel viel größer ist. Das ist aufgrund dessen, dass mehr Entwickler bei Ethereum arbeiten und die Adoptionsrate extrem hoch ist. Viel höher als bei Bitcoin. Es gibt mehr Anwendungsfälle als bei Bitcoin und Ethereum sieht eher wie das Internet aus. Die Frage, die ich mir hier stelle ist, Bitcoin und Ethereum sind zwei komplett unterschiedliche Kryptowährungen, die total unterschiedliche Anwendungsfälle haben und so weiter. Und obwohl Royal Pell Ethereum vor Bitcoin sieht, geht er davon aus, dass Bitcoin in der Zukunft weiter und weiter steigen wird. Er geht davon aus, dass die Marktkapitalisierung von Bitcoin auf 20 Billionen oder mehr steigen wird. Auch wird Krypto insgesamt in der Zukunft die Marktkapitalisierung des globalen Anleihenmarktes, des globalen Immobilienmarktes und so weiter in den Schatten stellen. Zusätzlich geht Royal Pell davon aus, dass Bitcoin nicht die dominante Kryptowährung bleiben wird. Und aufgrund der Adoption geht er davon aus, dass es bis 2024 eine Milliarde Kryptonutzer geben wird. Und in anderen Videos hatte ich schon darüber gesprochen, dass wir das vielleicht sogar schon 2023 oder früher sehen könnten. Und laut Royal Pell könne das einfach dadurch geschehen, indem Facebook seine Kryptowährung Diem einführt. Oder aber auch durch die Einführung der digitalen Zentralbankwährungen. Und warum die Zentralbanken dabei behilflich sein werden, dass die Kryptoadoption voranschreitet, darüber sprechen wir gleich noch. Und dadurch, dass es zu einer Milliarde Kryptonutzer kommt, sinkt dann die Wachstumsrate bei Krypto laut Royal Pell von 113% pro Jahr auf 83% pro Jahr. Was aber immer noch 20% mehr ist, als das Wachstum des Internets. Er geht von einer gesamten Marktkapitalisierung des Kryptomarktes in 2030 von 200 Billionen Dollar aus. Krypto wird seiner Meinung nach den Aktienmarkt ablösen, was ich auch immer wieder und wieder in meinen Videos erzähle. Die Menschen werden in der Zukunft vermehrt ihr Geld aus dem Aktienmarkt abziehen und in Kryptowährungen investieren. Es wird zu einer Tokenisierung der Aktien kommen und der Grundstein dafür wird durch die kommenden Regulierungen des Kryptomarktes gelegt. Daher ist es jetzt so wichtig, in Kryptowährungen einzusteigen. In 5 bis 10 Jahren ist es zu spät, damit anzufangen. Persönlich glaube ich, dass jeder zumindest etwas Geld in Kryptowährungen investieren sollte. Geld, das man nicht braucht, das man entbehren kann. Raoul Pell geht davon aus, dass der Kryptobereich größer als alles andere werden wird. Wenn wir jetzt von einer Marktkapitalisierung von 2 Billionen des gesamten Kryptomarktes ausgehen, dann könnten wir von hier, laut Raoul Pell, eine Vervielfachung um das Hundertfache sehen. Das ist die größte Maschine, um Wohlstand zu erschaffen, die wir je gesehen haben. Für ihn ist Bitcoin das Zentrum dieser Entwicklung und alles andere wird darum aufgebaut. Investiere daher in deine finanzielle Bildung, verstehe, was für ein Risiko du eingehst und verstehe auch, was weniger risikoreich bei den Kryptowährungen ist. Und sobald du erkennst, dass es einen Netzwerkeffekt gibt, dann wird auch das mit Kalfische Gesetz greifen, was im Grunde genommen ein logarithmischer Trend ist, der konstant weitergeht. Und für Raoul Pell ist es klar, dass Ethereum jede einzelne dieser Sachen erfüllt. Und den Vergleich, den Raoul Pell für die Kryptoadoption bringt, ist wie bei den VHS-Kassetten, wo die meisten dachten, dass diese bleiben werden. Man erkennt das letztlich erst, wenn es zu spät ist. Und diese Adoption findet gerade statt. Beispielsweise hat Dan Moorhead, der seinen eigenen Hedgefonds, Pantera, gegründet hat. Diesen hatte er geschlossen und 100% seines Geldes in Krypto investiert. Dann kam John Burbank, der ebenfalls seinen eigenen Fonds geschlossen hat und das Geld dann in Krypto investiert hat. Und viele andere haben das ebenfalls getan. All diese Leute verstehen das Metaversum, die verstehen Kryptowährungen, die verstehen Social Token. Sie haben vielleicht dort laut Raoul Pell noch nicht investiert, aber sie wissen, wohin sich das alles entwickeln wird. Was wir sehen können ist, dass Stück für Stück immer mehr Menschen aus dem traditionellen Finanzsystem zu Krypto wechseln und der Grund ist einfach, da sie dort mehr Profite generieren können als im traditionellen Finanzsystem, wo es 0% Zinsen oder Negativzinsen aufs Bankkonto gibt oder das Risiko, um ähnliche Profite wie bei Kryptowährungen zu erzielen, bei einigen Finanzprodukten deutlich höher ist. Was wir beim Kryptomarkt erleben können, ist so wie die großen Hedgefondsmanager, die in den 60er Jahren angefangen und ihren Wohlstand aufgebaut haben. Doch jetzt ist es viel, viel größer, der Netzwerkeffekt ist viel größer, das heißt, es kann auch viel mehr Geld verdient werden. Was denkst du wird mit dem großen Geld passieren? Mit dem institutionellen Geld? Sie alle werden in Krypto investieren. Unser Vorteil ist, dass sie langsam sind. Unser Vorteil ist, dass sie auf Regulierungen warten, dass sie vieles im Kryptobereich noch nicht verstehen. Wie ich schon gesagt habe, wer diese Chance nicht erkennt und nicht nutzt, darf sich in 5 bis 10 Jahren nicht darüber beschweren, es nicht gewusst zu haben. Und diese Migration aus dem traditionellen Finanzsystem wird schneller und schneller geschehen, insbesondere dadurch, dass viele Vermögenswerte weniger Gewinne erwirtschaften werden. Zusätzlich können wir einen weiteren Katalysator sehen, der die Kryptoadoption voranbringt, das sind die Zentralbanken, die aufgrund des Schuldensuperzyklus und der alternden Bevölkerung vor einem enormen Problem stehen. Sie können die Zinsen nicht anheben, da es ansonsten zu einem Kollaps der Wirtschaft kommen würde. Und in vielen anderen Bereichen können sie aufgrund der vergangenen Geld- und Fiskalpolitik nichts mehr machen. Sie haben dadurch dafür gesorgt, dass im traditionellen Finanzsystem die Gewinne laut Raoul Pell nahe Null sind. Das einzige, was laut ihm in den nächsten Jahren außerordentliche Gewinne erwirtschaften wird, sind die Technologieunternehmen und dann gibt es nur noch Krypto. Das heißt, durch die Geld- und Fiskalpolitik der Regierungen und Zentralbanken sorgen sie dafür, dass das Geld automatisch in den Kryptomarkt fließen wird. Das heißt, jetzt ist die Zeit, wo durch die Geld- und Fiskalpolitik der Regierungen und Zentralbanken wir reich werden. Einfach dadurch, dass sie ihre Politik so weitermachen wie bisher, sie ihre Politik nicht ändern können. Und wichtig hierbei ist, dass du diese Möglichkeit nicht verpasst und nur Geld investierst, dass du auch bereit bist zu investieren. Danke, dass du dir das Video angeschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, dann gib dem Video einen Daumen hoch. Teile das Video, damit mehr Menschen diese Inhalte sehen. Abonniere den Kanal. Klicke auf das Glockensymbol, sodass du sofort informiert wirst, wenn ein neues Video auf dem Kanal erscheint. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal.